Hallo, hier ist das Reinkaufs-Sofa und wir spielen F.O.R.S.E. Im Kohab-Gummiband müssen hier zum Bild, da ist auch schon ein Totenschild drauf, zu einem großen bösen Watz, der uns zeigen will, wie schwächlich wir sind. Und ich fürchte, er wird recht haben. Wir sind die Lusche. So, hier können wir den Gender Changer wieder machen. Du willst deinen Gender Changer? Ja, oder deinen Typus Change. Machen wir natürlich nicht. Ich nicht, ne, ich hole aber unseren Ball mit. Führen und platzieren, halte kurz Kahl gedrückt. Kahl. Kahl gedrückt, um Ballfuß zu führen und drücke kurz, um ihn zu platzieren. I got a Kahl and you got a P. O, A, U, A, O, A. Da ist ja so ein Schnellmach-Dings. Ein Heil-Dings. Links ist ein Heil-Ding, ja, und was muss ich machen? Ach, hier sind diese komischen Dinger hier. Und nun? Sackgasse. Heil müssen wir hier nicht. Zerreiße den Nebel, steht da. Ja, aber welchen Nebel? Ah, oh, er breitet sich aus. Aha. Ach du Scheiße. Und nun? Wie, 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 wie? Ach ja, Moment mal. Zieh mal. Ja, super funktioniert. Mach du mal. Ne, über das Ding rüber. Über welches Ding rüber? Ja, mach mal. Jetzt ist es mittig. Ah. Wie oft muss ich das machen? Immer wieder, denke ich mal. Ich kriege da Schaden, wenn ich das mache, ne? Ich habe ihn geholt. Ja. Super. Also einer muss ihn behalten und der andere muss immer gegenüberstehen. Ja, ja, genau. Die, li, li. Wo auf warten wir? Auf Gegner. Oder das... Hol den mal wieder rüber zu dir, wenn du auf der anderen Seite bist. Okay. Ey, die spucken. Wer spuckt? Der Grüne da. Hol ihn dir mal. Wer legt da noch auf? Ja, alles gut. Töte die Säurekobolte. Null von sechs. Ja, das ist... Ja, bei mir ist einer. Wo? Bei mir heißt hier drüben. Wo ist da drüben? Ach da. Ich hatte auch schon so einen wie so Null. Ich hatte schon einen. Eins. Dann erzählt mich. Ich merke das gerade. Aua. Äh, der Nebel. Da hat er stehen, da hat er stehen, da hat er stehen. Du musst auf die andere Seite, genau. Ey. Ich arbeite dran. Nimm ihn. Ich werde immer von dieser Säure kaputt gekloppt. Wer macht dich kaputt? Ja, bitte. Wo ist das Haltding? Hinten irgendwo. Ja. Ich sehe gar nichts mehr hier, ey. Der Nebel. Gehst du rüber? Dann komm her. Holen ist die in dir. Ich nehme ihn gleich wieder zurück, dann geht es eigentlich immer. Wo ist er? Da. Da oben ist der Typ. Über dir. Er spuckt schon wieder auf mich. Er spuckt. Holst du ihn dir? Ja, unterwegs. Er spuckt auf mich, macht mich platt dabei. Hol ihn dir gleich. Scheiße. Wo bist du auf der anderen Seite bist? Töte den Axtkämpfer. Ja, hol ihn dir erstmal hier, das Nebel. Nein, tue ich nicht, weil ich positiv bin gerade ganz woanders. Ja, das merke ich. Du bist ja auch witzig. Ich mache die Dinger kaputt da. Na, das war nichts. Ey, er macht mich kaputt hier. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich kam nicht weg. Es waren zu viele und sie hauen mich, du auch. Alter, die rennen ja ein. Richtig, ich kam nicht weg. Also laufen geht da nicht. Wir hauen, die piksen nicht. Aber wie, 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 wie? Wiederholen. Hast du wiederholen gedacht? Ja, ich glaube schon. Aber wie? Also das heißt, schlagen kann ich die auch nicht so schnell alle. Wie mache ich das? Dann müssen wir zusammenbleiben. Und du musst, nee, einmal auf der anderen Seite sein. Du warst ja komplett weg. Ich sage, hol ihn dir. Du bist ja auch auf meiner Seite gerannt. Ja, ja, ist klar. Bin ich wieder schuld. Nee, ist klar. Und du musst ja nicht zu mir holen, wenn es nicht notwendig ist. Es ist ja nicht notwendig jetzt. Hey. Er war ein kaputt da. Ja, ich bin gerade auf ihn gegangen, hat er sofort gespuckt, die blöde Säge hier. Ja, super. Ich gehe jetzt wohl und... Warum bist du auf meiner Seite? Weil ich den Typen da haben wollte. Der wieder... Ey, sag mal, der kommt, spuckt immer, wenn ich da gerade bin. Ey, das gibt's doch gar nicht. Blöder Sack. Habe ich das Ding? Mach. Das war daneben, ne? Ja, auch in dir. Ja, das war aber gut. Irgendwie... Ja, doch mal getroffen. Ja, okay. Ey. Nein. Nein. Wo ist die Kugel? Scheißvieh, ey. Ich komme nicht ran. Gummibanske. Ey, er spuckt mich an. Ich bin gleich tot. Brauch Heilung. Habst du mit? Jo, ich komme mit. Hol ihn dir. Der macht spuckt mich mal wieder hier an hier. Hast du das gesehen? Jo. Alter, ey. Ähm. Ich habe wieder einen am Arsch, ey. Und weg ist er. Oh, der Nebel, der Nebel. Ja. Ich gehe rüber. Oh, und Dickmops. Und... Oh, mach doch mal was. Mach doch schon dabei. Ich muss leider zu dir kommen. Er macht mich hier satt. Ja, aber so richtig. Alles gut. Hol den Ball. Hol den Ball. Au. Er hat mich umgehauen. Ich bin gleich weg. Jo. Hab ihn. Wow. Aber ganz für sich hin. Alter, mal, Alter. Das ist ja richtig ätzend. Aber hallo. Nicht die Nebel berühren. Da gibt es noch Schiefen für. Yeah, baby. What the... Ja, mein Puls geht auch schon irgendwo, ne? Und weniger als 1,55. Wir haben nur 2,223 gebraucht. Ja, nein. Bisschen. Ja, nur 5,223. Bisschen drüber. Egal. Okay. Äh, nein. Sag dich schon, dass ich diese dezente Einblendung von neues Feature freigestellt habe. Extremst belebend bin. Ich schau mal, was da... Oh, ein neuer Slot ist frei. Das ist cool. Das ist L1. Ladet eine Geistesexplosion auf und lasst sie los, um euch und eure Verbindete zu heilen. Du bist ein Heiler geworden. Und Feinde zurückzuschlagen. Und Pullback. So, so. Also ich würde mal sagen, das muss ich ja fast... Nimmst du mit, ne? Okay, ich hab... Warte mal, ich probiere das mal eben aus. Wie sieht sowas aus? Ich hab was abbekommen. Ich hab 70 Hells bekommen gerade. Okay. 70 von 200. Und der hat ne Auflade da unten. Zehn Sekunden braucht er. Aber dann kann ich's wieder machen. Äh, L1, wo ist das denn überhaupt? Äh, L1. Der L1 ist der Knopf hier. Der, dieser hier. Baum da hinten. Baum da hinten. Mach nochmal. Äh, fünf Sekunden kann ich das zeigen. Ja, ja, aber du hast immer nur fünf. Moment. Ach. Moment, ich weiß. Ich muss länger halten. Da kommt dann näher. Du musst länger halten, dann kommst du näher. Ja, ja, genau. Pass auf. Das ist doch das, was du den Frauen immer sagst. Länger halten, dann kommst du näher. Achtung. Ach, dann 3, 2, 1. Okay, das ist jetzt mein, jetzt kann ich das irgendwo hin platzieren. Auf dich zum Beispiel. Mach mal. Das dauert ja voll ewig. Ja, gut, das ist auch nicht das Schnellste hier. Ja, das ist für so, mal nebenbei so, ne? So, ähm, wir machen mal eine Pause, oder? Wir sind sowas von durch. Wir sind sowas von durch. Ja, also ich bin sowas von durch. Genau, ganz toll machst du das. Ja, das war das Zweikampfsofa. Wir spielten hier ein Coop, Couch-Coop-Game. Das nennt sich Forst. Da kann man übrigens mit vier Leuten spielen. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.